Willkommen in der größten Stadt Afrikas. Willkommen in Kairo, der Hauptstadt Ägyptens. Ja, wir sind hier auf dem Markt. Er heißt Khan el Khalili. Was ist der Name auf dem Markt? Khan el Khalili? Ah, Khan el Khalili. Vielen Dank. Ja, so. Ja, hallo, mein Freund. Ja, so. Ja, ja. So, dieser Markt, Khan el Khalili, ist schon über 1000 Jahre alt. Es ist nicht nur der älteste, sondern auch der größte Markt von wahrscheinlich ganz Ägypten, vielleicht sogar ganz Afrikas. Er ist riesig. Unglaublich. Ja, so eine Mischung aus touristischen Sachen, aber auch für Einheimische Interesse haben. Aber mehr touristisch. Also hier solche Sachen kaufen Einheimische natürlich nicht. Ein Rastafari. Ja, oder was es hier noch so gibt. Komische Touristenläden. Ja, Bettler gibt es auch, hallo. Ja, Vögel an der Straße. Also alles. Man kann einfach nur das Leben filmen und so viele Eindrücke mit nach Hause nehmen. Katzen an jeder Ecke. Hunde gibt es auch, aber eher selten. Ja, T-Shirts. Ja, Leute. Sie sprechen Deutsch. Ja, so viele sprechen Deutsch. Sehr gut. Dein Geschäft. Ja. Ah ja, sehr gut. Und wie heißt du? Das ist mein Chef. Ah, wie Chef. Okay. Thank you. Shukran. Dankeschön. Ja, so viele Leute können ein paar Wörter, ein paar Sätze auf Deutsch, aber man kann sich nicht mit ihnen unterhalten. Ja, sie lernen quasi wie ein Papagei, so ein paar Sätze, aber dann ein Gespräch führen funktioniert nicht. Ja. Ja, manche setzen auch grammatikalisch korrekt, gut ausgesprochen, weil sie es so oft sagen. Ja, es ist wirklich gut und man denkt ja, sie können fließend Deutsch, aber dann kann man sich nicht mit ihnen unterhalten. Obwohl die meisten Leute gut Englisch sprechen. Ja, besonders hier auf diesem Markt können sie fließend Englisch und man kann sich auch mit ihnen unterhalten. Ja, denn es war ja früher eine britische Kolonie. Ägypten für eine Zeit. Ägypten. Ägypten, ja. Ja. Sehr schön. Ah ja, sein Geschäft. Aber nein, danke. Ein Zeitschiff. Ah, danke schön. Danke, danke. Ja, alle wollen die Geschäfte präsentieren, aber ich habe keine Zeit in jedes Geschäft zu gehen. Es ist ja alles ähnlich. Ja. Oh, verrückte Sachen. Ja, sie haben sogar auch diesen Hut, wie ich habe. Ein bisschen anders. Die Schlange. Ja. Es gibt mehrere Souvenirs. So, ich habe den Hut sogar mitgebracht. Ich meine, es sieht ein bisschen bescheuert aus. Ja, ich will jetzt kein Clown sein, aber es ist halt interessant zu sehen, wie die Leute reagieren, wenn man so durch die Straßen läuft. Ja, es ist auf jeden Fall eine Gelegenheit, hallo, Gespräche zu führen. So, woran gehen wir jetzt? Es gibt so viele Straßen. Ich sage, der Markt ist riesig. Hier die Straße, hier die Straße und hier die Straße. Ich denke, wir gehen erst mal weiter geradeaus. Hier. Oh, Salam. So, jetzt gehen wir ein bisschen weiter durch den Markt. Einfach nur orientierungslos. Ja, die Zeit totschlagen und es ein bisschen erkunden. Es gibt hier natürlich hier den Pharao. Ja, aber auch komische Sachen. T-Shirts. Ah, nein, danke. Ja, so viele Geschäfte. Es sind so viele Eindrücke. Es ist echt schwierig. Ja. Gewürze. Tutankhamun. Ah ja, hallo. Ja, genau. Sehr schön. Ah, Mr. Egypt. Thank you. Ja, Sie haben immer komische Namen. Ja, ich habe. Oh, nein, danke. T-Shirts. Ja. Also, Ägypten. Ist Ägypten gefährlich? Absolut nicht. Absolut sicher hier. Hallo, Pharaonic. How are you? Hallo. Ja, es gibt eventuell Taschendiebe. Man muss halt aufpassen. Aber ansonsten ist es absolut sicher hier. Es ist mein zweites Mal in Ägypten. Und ich würde sagen, es ist mein Lieblingsland hier in Afrika. Und auch auf der Welt, mein Top 10. Weil es ist sehr, sehr günstig. Ja, man muss die Preise auch lesen können. Die Einheimischen. Also, das sind 85. Ja, 3 Dollar. Wenn man fragt. Wie viel ist es? Wie viel? Ja, ja. Wie viel? Wie viel ist es? Wie viel ist es? 75. Wie viel? Ah, 75. Sehr gut. Honest Preis. Sehr gut. Thank you. Thank you. Thank you. Shukran. Ja, sehr gut. Sie waren ehrlich. Man muss auf jeden Fall die Zahlen, die arabischen Zahlen zu lesen wissen. Ich lerne es gerade ungefähr. Ja, also hier. Das. Also das ist eine 5. Und das ist eine 7. Also 75. Nein, gerade das war eine 7. Was ist das? Ich weiß es gar nicht. How much is this? This is 5. And this is a? 6. Ah, this is 6. Oh, so 65. Ah, 65. Ich muss das noch lernen. So eine 6 ist das. Und das ist eine 5. 65. Ja, also 30 sind 1 Dollar. 65 sind also 2 Dollar und ein paar Cents. Okay. Sehr gut. Ja, freut mich. Man sieht, die Menschen sind ehrlich. Ja, gestern hat Paula auch ihren iPad vergessen. Und eine Frau kam hinterhergerannt und hat ihn gebracht. Ja, nicht geklaut. Also sehr, sehr nett die Leute und ehrlich. Natürlich gibt es auch schwarze Schafe, aber die meisten sind sehr freundlich und nett. Hallo, Salam. Ah, für die Füße? Für die Füße, für die Füße. Für die Füße. Für die Füße. Ah, 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 für die Füße. Ja, für die Füße. Ja, für die Füße. Ah, ja, für die Füße. Ah, ja, für die Füße. So kann. Thank you. Salam. Thank you. Die Leute, es ist auch ein bisschen positiv, dieser Hut. Die Leute lachen. Hallo. Die finden es lustig. Hallo. Die Leute gucken. Hallo. Ja. Es gefällt ihnen. Und ich kann es nicht verleugnen. Ich mag auch die Aufmerksamkeit der Leute. Ja. Ja. Je nachdem wo man ist. Ja. Ist das sehr gut. Und dieser Markt, es geht unendlich. Ja. So, jetzt versuchen wir mal zu lesen. Das ist eine Eins. Das ist eine Fünf. Das ist eine Null. Also einhundertfünfzig. Dreißig sind ein Dollar. Also genau fünf Dollar kostet diese Jacke, glaube ich. Oder das ganze Outfit. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Alle hier fünf Dollar. Ja. Sehr gut. Und das ist, äh, zwei, null, null, zwei, hundert. Ja. Two hundred. Ja. Von der Schild und Klaus ist. Die Entire Outfit. Oder Just a Jacket. Die Entire Outfit. Oh. Man bekommt das ganze Outfit hier für, ähm, fünf Dollar. Und das sind, ja, sechs Dollar siebzig. Sechs Dollar achtzig im Moment. Ah, ja. Six Dollar eighty, ja? About, ja? Very nice. Ja, gut. But you have to update it. Because the currency is going down. You have to increase the price. Yeah. Every time, you know. Now it's thirty. Two weeks ago it was twenty five. Yes. Ja. So, vor zwei Wochen gab es noch 25 ägyptische, äh, und für einen Dollar und jetzt sind's schon 30. Hallo. Deshalb müssen Sie die Preise immer aktualisieren. Hallo. Ja. Okay, er hat Kleidung. Ja, sehr schön. Ah. Aber es ist zu dick, zu warm. This is too warm. No. I want something thinner. It's too warm. No, no, I need the thinness in Afghanistan. Yes, yes, here. This is from Afghanistan. I bought in Afghanistan. Yes. Two Dollar. Two Dollar. Yes, two Dollar. In Afghanistan. But this is very thick. Yes, it's like a carpet. Yeah. It's very thick. Gazala. Ah, Gazala. Yeah. Ah. Okay. Okay. Sehr gutes Material, aber sehr dick. Ja. Okay. Sehr viele Sachen. Sie sprechen auch Deutsch? Ein klein bisschen. Ah, ja. Und was kostet das? How much? Was kostet das? Ja, das ist von ihm, das Geschäft. Ah, das ist 50. Ah, 150. 5 Dollar dafür. Oh ja. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht. Sehr gut. Und so was wie hier, haben Sie das auch? Ein bisschen dünner? Ja. Gibt es das hier auch? Hier das? Hier das? Vielleicht? Das ist ein bisschen. Und was kostet das? How much? Ah, das ist von ihm? Das ist das Geschäft. Ah, ja. Das Job. 65 Pfund. Ah ja, 2 Dollar. Wie der auch. Das ist egal. Aber egal wie so, wie viel. Ah ja, sehr gut. Sehr schön. Ich gucke mir noch ein bisschen um. Ja, komm. Danke schön. Hier, noch mehr. Das sieht sehr schön aus. So, Gebetszeit. Ah ja. Hier gibt es noch mehr. Und hier aber auch. Die sind so schön weich hier. Die sind so weich. Und soft. Mercedes Hose. Sehr schön. Mercedes Hose. Sehr schön. Mercedes Hose machen Autos. Nicht Hosen. Ah ja, hallo. Pussy. Ah, die Katze was? Pussy. Pussy. Ah, die Pussy-Katze. Ah ja. Ok. Sehr gut. So, danke schön. Ja. Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Magdi. Ah, Magdi. Dankeschön. I hope you visit me when you come back. You come to see my shop again. Ok, dankeschön. And if you like something, have a cheap price. Ok, dankeschön Magdi. Wiedersehen. So, hier sie verkaufen leckere Süßigkeiten. Hier sie machen sauber. Ja. Zu viele Sachen. Aber sowas würde man in Saudi-Arabien auf dem Markt nicht finden. Oder in Afghanistan. Das geht nicht. Ja, die Ägypter. Hallo. Willkommen. Yes. First time here. Yes. Where did you come from? Germany. Ich auch. Ah, du sprichst Deutsch. Sehr gut. Ja, es gibt zu viele. Ich packe. Okay. This way for the outside. This way for the outside. This way for the outside. With all the phoenix. Okay. Ah, okay. So, wir gehen in Milan. Ja. Wow, was ist das? Heute schauen. Heute schauen. Morgen kaufen, nächstes Jahr haben wir zahlen. Okay. Schauen wir. Ja, sehr schön. Hey, welcome. Salam. Salam. Ja, Salam. Salam. Was hat er für ein Geschäft? Auch alte Sachen. Hallo, Salam. Yes. Video, Video, Video. Ah, okay. Okay. This is a phoenix. Ja, alte Sachen. You like it in Khamun. Ah, yeah. This is Khamun, original. This is original. This is an opes. Ja. Original Papier. Ah, ja. This is Abu Simbel. Yeah, Abu Simbel. Ja. But I have original Papier, but light in the mind. Okay. Und was kostet das? This is for you. Ja. 600. 620 Dollar für das. That is original Papier. Ah, ja. Original Papier. Gut, dann gucke ich morgen. Ja. Ich muss weiter. Dankeschön. Ich muss los. Gut, morgen kaufen. Morgen kaufen. Heute gucken, morgen kaufen. I know, I know. What's your name? Alex. Nice to meet you, Alex. Dankeschön, Alex. Auf Wiedersehen. Ja, Dankeschön. So. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Ja, das ist das Problem. Ja, die sind immer so, die wollen ja auch Geld verdienen. Das verstehe ich ja. Aber es kostet immer so viel Zeit. Und es ist unangenehm zu gehen und nichts zu kaufen. Ja, ich meine, ich brauche ja nichts davon, diese Souvenirs. Außerdem, wir fahren ja noch nach Sudan danach. Und dann vielleicht wahrscheinlich nach Italien oder so. Und ich habe doch auch kein Gepäck. Das ist zu teuer in der Flug. Ich habe nur Handgepäck. Da habe ich gar keinen Platz für solche Sachen. Ja, manche Leute kommentieren und sagen, ja, gucken und nichts kaufen. Das ist unhöflich. Dann kann ich aber auch nicht filmen und euch diese Sachen hier zeigen. Ja. Gut. Aber egal. Gucken wir weiter. Ja, hier Schmuck. Ja. Und letztendlich, letztendlich mache ich ja auch Werbung für diese Geschäfte. Ja. Also ich helfe ihnen indirekt. Denn irgendwelche Leute von euch kommen vielleicht hier nach Ägypten und kaufen dann diese Sachen. Ja. Und das kann ja sein. Dann seht ihr die Preise. Könnt ihr auch vergleichen. Jetzt die Preise. Sie ist halt 30 Pfund ein Dollar. Ja. Dann könnt ihr sehen, wie sich diese Preise entwickeln in Zukunft. Ob es teurer wird oder billiger. Ja. So, jetzt kommen wir hier zu dem Markt, wo es ein bisschen ruhiger wird. Ja, hallo. So. So, jetzt reicht es hier aber auch langsam von dem Markt. Ja. Gehen wir woanders hin und schauen noch, was Kairo zu bieten hat. Ja. Also vorhin, ein Typ hat mir diese Aussichtsplattform empfohlen. Die werden wir jetzt mal aufsuchen und gucken, ob wir die finden. Ja. So, auch schön die Geschäfte. Hallo. Die Leute gucken verwundert. Ah ja. Ein christliches Geschäft. Ah, hier sind die Moshe. Er bringt den Tee. Sehr gut. Hallo. Salam. Salam. Tutan Khamun. Ja, thank you. Hier ist der Moshe. So, jetzt sind wir hier in einem sehr schönen kleinen Laden. Der gefällt mir jetzt alles so golden. Ja, das ist kein echtes Gold. Aber trotzdem ist es sehr schön. Ja. Das Geschäft ist von Walid Mummen. Walid Mummen. Ja. Ja. Meine Aussprache ist nicht so gut. Ja. Und äh. Sehr schöne Art. Sehr schöne Kunst. Hat der hier. Wunderbar. Ja. Hier. Glocken. Lampen. Ja. Sehr empfehlenswert. Okay. 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 Ah ja. Die Hand von Fatima. Das ist die Hand. Fatima Hand. Ja. Okay. Alles klar. Dankeschön. Thank you. Verrückt. Ah ja. Es sieht hier aus wie in Medina. Hier. Sehr schön. Diese Schatten. Es ist absolut ein Labyrinth. Wie kommt man hier aus diesem Markt ohne zu fragen und ohne Google Maps zu schauen. Es ist gar nicht leicht. Es ist wirklich, glaube ich, einer der größten Märkte Afrikas. Ja. Es gibt uns. Ah. Thank you. Danke. Ja. So. Verrückt. Absolut verrückt. So. Da sind hier die Busse. Der Verkehr ist absolut verrückt hier in Kairo. Wie kommt man über die Straße. Ja. Und man geht durch ein Loch im Gitter. Naja. Man kann hier einfach rüber gehen, weil die Autos sowieso so langsam fahren im Stau. Ja. Und dann geht man hier einfach durch. Mit Koffer. Mit Atem. Mit Hand. Mit Hand. Mit Hand. Mit Hand. Mit Hand. So. Und jetzt gehen wir in diesen anderen Teil der Stadt. So. Wir haben es über die Straße geschafft. Und jetzt sind wir hier. Bei einem einheimlichen Markt. Ja. Ja. Das ist eigentlich Teil des Marktes. Das ist unglaublich gigantisch hier. Ja. Vielleicht sogar die Hauptattraktion Kairo's. Neben den Pyramiden natürlich. Wohl die Pyramiden gehören offiziell gar nicht zu Kairo, sondern zu Giza. Wenn man Giza und Kairo und Nu-Kairo zusammenzählt, ist die Stadt wirklich gigantisch mit 40 Millionen oder so. Das ist unglaublich. Deswegen haben wir auch so einen schlimmen Verkehr hier. Chaotisch. Das ist der Markt, wo jetzt die Einheimischen einkaufen gehen. Wir sehen auch keine Touristen hier. Außer mich natürlich. Denn das sind Produkte, die man wirklich braucht und keine Souvenirs. Denn der andere Markt war eher voller Souvenirs. Ich meine, welche ägyptischen Leute würden hier diesen Papyrus kaufen? Die kaufen sich eher Bettwäsche und Kleidung und solche Sachen. Ein deutsches, altes Trikot haben die noch zu verkaufen. Diese Unterwäsche. Sehr interessant. Man findet alles hier. Hier gibt es auch ein paar Touristenläden. Und guck hier diesen Typ an. Dass der das Gleichgewicht hält. So, der Mann hat uns gerade eingeladen, den Minaretttower zu sehen. Wir sind jetzt ganz oben hier auf dem Minarettturm. Und wir haben eine wunderbare Aussicht. Aber ich habe etwas Höhenangst, weil es wirklich sehr, sehr hoch ist. Und das Geländer ist sehr niedrig. Das geht mir gerade bis zum Knie. Da muss man wirklich aufpassen. Und das ist mein Führer. Das ist mein Führer. Das ist Mustafa, unser Führer. Und er zeigt mir hier diesen Turm. Der Eintritt war lediglich 1,30 Euro. Und wir geben ihm ein bisschen Trinkgeld. Weil er uns das gezeigt hat. Jetzt gehen wir zurück. Jetzt gehen wir zurück. Runter. Ich habe gerade schon gefilmt, aber auf Englisch. Deshalb jetzt nochmal auf Deutsch. Er macht auch hier schöne Fotos. Er gibt sich wirklich Mühe. Er hat islamische Geschichte studiert. Und möchte in Saudi-Arabien arbeiten. Ja, das war ein sehr netter Mann. Was ist der Name auf dieser Mosk? El-Mohayat Mosk. El-Mohayat. Nicht diese Mosk. Das ist Bab-Zuehla-Gate. Bab-Zuehla. Das Mosk. Das ist die Gate. Aber die Minaret Tower ist kein Teil der Mosk? Für diese Mosk. Für die Mosk. Der Mosk. Er wurde 2 Minuten auf der Gate gebaut. Auf der Gate. So, jetzt sind wir wieder unten an der Mosk. Also an dem Tor. Er macht hier sehr schöne Fotos. Wunderbar. Exzellent. Schukran. Wir haben einen schönen Ausblick auf die Stadt. Wir sehen hier die super alten Häuser. Die auseinanderfallen. Aber alle haben Kabelfernseher oder Satellitenschlüssel. Das ist die Mosk. Und hier, das ist das Tor. Wir stehen hier quasi genau auf dem Tor. Es ist über 1000 Jahre alt. 1200 hat er gesagt. Hier kann man schön runter gucken. Hier kommen auch andere Touristen. Auf beiden Seiten. Da drüben war der andere Markt. dieser Khan el Khalili Markt. So, wieder unten auf der Straße. Hier das ist das große Tor. Und jetzt gehen wir noch in die schöne Moschee. Ja. What was the name again of the Mosk? Moayed Mosk. Moayed Mosk. Wunderschön. Moayed. Sehr gut. Wow. Fantastisch. Ja. So, hier das ist die wunderschöne Mosk. Moschee. Moayed. Moayed. El Moayed. Moayed. Ja. Einer der schönsten Moscheen in Kairo. Ja. Aber sie renovieren hier auch teilweise es. Aber es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Jetzt der Eintritt hat 1,30 Euro gekostet. Ja. Und ich habe ihm jetzt 2 Euro gegeben. Für eine halbe Stunde Tour. Durch dieses Minarett und die Moschee. Hier ist es das Grab. The tomb. The tomb. So, here is the tomb of the name? Moayed Mosk. Moayed. The name is Moayed, yeah. So, hier ist das Grab von Moayed. Sehr heiliger Ort. Ah, wow. Und auch die Decke ist bestimmt 30 Meter hoch. Oder mehr. Wow. Sehr schön. Sehr faszinierend. Der ägyptische König liegt hier begraben. Vor 500 Jahren hat er regiert. Das ist einfach Tolles zu sehen. So, eine kurze Tour hier vor dieser Moschee. Und dem Tor. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Der Markt nimmt kein Ende. Hier geht es noch weiter. Wir können den ganzen Tag hier verbringen. Ich glaube, das ist die Dekoration für das Zuckerfest. Wenn der Ramadan vorbei ist. Ja, sehr schön. Hier, der Ramadan Karin. Ja, richtig? Wir haben für den Ramadan hier die Sachen schon rausgepackt. Der ist jetzt im März dieses Jahr. Und das Fest wird im April sein. Ja. Okay. Sehr gut. Das sind hier berühmte Charaktere. Aber nicht nur hier Schneewittchen, sondern dieser Affenmensch. Ja. Der soll ein Affe sein. Ein sehr berühmter Charakter. Hier sieht man ihn nochmal. Sie haben einen Cartoon oder was es ist. Sehr interessant. Ja. Ägypten ist auch sehr bekannt für die Filme. Ägypten ist quasi das Hollywood von der arabischen Welt. Habe ich gehört. Ja. Habe ich gehört. Der Markt ist absolut endlos. Das Leben hier in Kairo ist wirklich, denke ich sag mal, lebendig. Vibrant. Das sind die Gassen. Diese Fußgängerzone ist endlos. Aber da vorne sehe ich schon die Straße. Da sind wieder Autos. So, die Schreinerei. So, jetzt sind wir wieder auf einer Straße. Es hat lang gedauert, bis wir eine normale Straße gefunden haben. Hier gibt es Möbel. Ja. Ich würde auch gerne, dass ich einfach planlos durch die Straßen laufe und gucke, was ich finde. Man entdeckt halt immer interessante Sachen. Und in diesem Fall halt Möbel. Assalamu alaikum. Ja. Sehr schön. Restaurant & Café. Eine gute Toilette sein. Starke Toilette. Absolut fantastisch. Diese riesige Moschee. So, hier. We have vegan lunch. Das ist gebratene Zwiebeln mit Kichererbsen, Reis und anderen Sachen. Alles vegan. Alles vegan. Und Spaghetti. Alles vegan. Wunderbar. Und Tomatensauce. Oh ja, sehr schön. So, das Essen ist vorzüglich sehr, sehr lecker. Ja. Aber sie haben mir noch als Geschenk einen Milchreis gegeben. Ja. Erstmal. Ich esse oft vegan, aber ich bin nicht absolut vegan. Ja. Also, ich versuche eine Balance zu finden und esse ab und zu Fleisch. Aber halt nicht jeden Tag. Ja. Die meisten Leute sind extrem. Sie essen entweder Fleisch jeden Tag. Oder sie sind vegan und essen nie Fleisch. Und ich versuche halt ein Zwischending zu finden. Tier- und Fleischprodukte. Ein- bis zweimal die Woche, aber nicht mehr. Dann bräuchten wir nicht so viel Massentier halten. Hätten nicht so viele Probleme mit dem Planeten. Und das ist auch gut für unsere Gesundheit. Das ist meine Philosophie. Ja. Also, man muss das Fleisch nicht aufgeben. Man sollte es nur reduzieren. Und ich bin sehr dankbar. Das Restaurant ist sehr gut. Ja. So. Mohamed. Ja. Schokran. Very nice. So. Wir checken jetzt in unser neues Airbnb ein. Das höchste Gebäude der Nachbarschaft hier. Zwölf Stockwerke oder was das sind. Sehr traditionell. Schön. Leben hier wie die Einheimischen. Hier vorne ist unser Host. Der bringt uns jetzt zum Apartment. Ganz überall. So. Wir müssen nach oben gehen. Der Fahrstall ist kaputt. Siebte Stockwerk. So. Ein paar Reparaturen. Hier sieht man schon die Pyramiden. So. Kurze Haustour. Hier. Wir haben hier ein Schlafzimmer. Zwei Schlafzimmer. Ein Badezimmer. Und noch ein kleines Badezimmer. Hier ist die Küche mit Waschmaschine. Obwohl es gibt keinen Herd. Ja. Aber das allerbeste natürlich ist der Ausblick auf die Gysi Pyramiden. Obwohl der Ausblick auf die Nachbarschaft ist nicht so toll. Am besten nicht auf den Balkon gehen, sondern lieber hier vom Zimmer begutachten. So. Viel schöner. Pyramiden. Wunderbar, wie groß die sind. Ja. Mal gucken, die kleinen Busse. 140 Meter. Das größte Gebäude, glaube ich, vor 3000 Jahren. Es gab nichts Größeres mit Abstand in dieser Zeit. Und, was ist dein Eindruck? Paula, siehst du zum ersten Mal? Sehr schön hier oben. Ja. Nicht enttäuscht? War unter. Nicht so schön. Nein. Und da vorne in der Ecke sieht man auch die Sphinx. Ein bisschen. Ist schwer zu erkennen, den Kopf. So, veganes, ägyptisches Mittagessen. Ja. Wir haben hier Tahina, Baba Ganoush, Gemüse, Meergemüse und Brot. Lecker? Ja. Okay. Gut. Das sieht ein gutes Restaurant aus. Sehr schön hier jetzt, so ein Sonnenuntergang. So, die Licht- und Tonschau beginnt hier bei den Pyramiden. Obwohl, ich wusste nicht, dass das eine arabische Tonschau ist. Auf jeden Fall sieht es sehr schön aus. Ich glaube, sie haben sogar auch lasergleich. Unseren Balkon kann man das natürlich wunderbar beobachten. So, Mittagessen wurde geliefert. Fünf Euro inklusive Lieferung. Gibt es so vieles. Drei Taschen voller Sachen. Und alles vegan. Mit wunderbaren Ausblick auf die Pyramiden. So, auch in Ägypten wird noch gearbeitet. Piano-Unterricht. Mit Blick auf die Gisi-Pyramiden. Leider haben wir jetzt schon den Sonnenuntergang verpasst. Aber es gibt morgen noch einen. So, wir sind umgezogen jetzt. Ja, hier sind schon zwei Katzen, die uns begrüßt haben. Inklusive Haustiere. Ja, dann haben wir hier eine kleine Küche. Diesmal auch mit Herd. Einen Kühlschrank. Und wieder ein schönes Wohnzimmer, einen großen Fernseher. Und einen wunderbaren Blick auf die Pyramiden. 25 Dollar. Das sind 24, 23 Euro. Schön dekoriert. Zwei Schlafzimmer. Hier ist ein Schlafzimmer. Hier ist das Badezimmer. Und hier ist noch ein Schlafzimmer. Also, sehr empfehlenswert. Und hier sind die Katzen. So, nach sieben Tagen, wo wir die Pyramiden hier vom Balkon beobachtet haben, gehen wir jetzt zum ersten Mal rüber und schauen uns die Pyramiden von vorne an. Also, aus nächster Nähe. Meine Aisha ist auch fertig. Eingepackt. Aber der Hut passt nicht. Ah, ich mag es. Sie ist sonnig auch. Ja, gut, aber es sieht nicht aus wie ein Moslem. So, mit dem Tuk-Tuk geht es jetzt zu den Pyramiden. Ja, die Fahrt kostet nur 30 Cent. Es wären zu Fuß aber auch nur 15, 20 Minuten. Aber für 30 Cent nehmen wir jetzt mal das Tuk-Tuk. Das ist auch eine Erfahrung. So, hier ist der Eingang zu den Pyramiden. Es ist schon sehr chaotisch. Hier vorne gibt es Tickets. So, wir sind drinnen. Es ist sehr chaotisch gewesen am Tor, bei Tickets und auch beim Security. Es hat mindestens 10 Minuten gedauert. Ich glaube, es gab viel zu viele Menschen. Viele Ägypter. Also, die müssen auch viel weniger bezahlen. Ich glaube, nur ein Viertel. Aber für uns waren es jetzt 7 Euro pro Person. Ja, das war noch vor sieben Jahren 4 Euro. Aber die Preise haben sich fast verdoppelt. Und hier vorne sieht man schon die Swings. Sehr beeindruckend. Und wie ist der erste Eindruck? Du kennst es aus dem Fernsehen. Und jetzt in Realität? Es ist ein riesiger Traum. Ein was? Ein riesiger Traum. Traum? Wie ein Traum? Ja. Ja. Aber so chaotisch. Hätte man sich das nicht vorgestellt. Ja? So viel Leute, Schmutz, eine Spreitflasche, Müll, Chaos. Ja, natürlich. Heute ist nur Tourismus. Ja. Ist nicht so schön. Nicht so eine tolle Atmosphäre wie zum Beispiel beim Taj Mahal. Ja? Oder alle anderen Weltwunder sind nicht so chaotisch. Das ist das chaotischste Weltwunder der Welt. Absolut. So, jetzt sind wir hier im Tempel. Es gibt keine Hieroglyphen hier in Cairo. Und deshalb ist es auch nicht so schön hier, dieser Tempel. Ja, aber das ist der Weg jetzt zur Sphinx. So, vor sieben Jahren war ich schon einmal hier. Und, äh, naja, es war irgendwie weniger los damals, habe ich in Erinnerung. Heute ist es so chaotisch. Vielleicht auch um die Zeit. Zwei Uhr mittags, halb drei, ist zu voll. Letztes Mal war ich, glaube ich, um elf Uhr oder so hier. Zur Rechten sehen wir die Sphinx, aber die Leute machen Fotos von Paula. Chaotisch. Ai, ai, ai. Du bist interessanter als die Sphinx. Ja. Hier ist die Sphinx, aber die machen Fotos von dir. Ja. Das gibt es gar nicht. So, hier sehen wir die berühmte Statue. So, jetzt sind wir hier auf dem Stein, um Fotos zu machen, genau. Hier kann man die Pyramide und die Sphinx sehen. Absolutes Chaos hier. Alle wollen die Sphinx sehen. So, Sackgasse hier. Wir müssen wieder den ganzen Weg zurückgehen. Ich meine, früher war das hier geöffnet. Aber ich kann mich nicht genau entsinnen. Hier, der Wachmann hat sich aufgeregt, weil ich diese Ramses- oder Tujamun-Maske aufhatte und ein Foto mit der Sphinx gemacht hat. Anscheinend ist das nicht erlaubt, mit der Sphinx Fotos zu machen, wenn man alte Sachen aus dem Ägypten trägt. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich meine, das soll auch jetzt nicht disrespektvoll sein. Aber, naja, gut. Er hat das Foto jetzt gelöscht. Ja. Hallo. Hier ist das Kamel. Jetzt kann man reiten. Kann man reiten? Ah, nein, danke. Hörsen, komm. Nein, wir gehen. Boa, oi, oi. Wie eben die Kamele. Gute Reise. Sehr gut. Alles gut, komm von Kamel. Ja, Deutschland, danke. Gério po, woher. Düsseldorf. beim ersten Mal hier. Zweite Mal. Bitte? Wollen Sie reiten? Nein, danke, später. Und wie ist die Luft da oben? Nice ab hier. Ja. So, wir sind jetzt auf dem Kamel und reiten jetzt ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen wie den Taxifahrern. Wir haben gesagt 200, aber er wird auf jeden Fall mehr wollen. Auf jeden Fall. Da müssen wir halt darauf bestehen, wir haben 200 gesagt. So, hier können wir die Pyramiden aus nächster Nähe sehen. Wirklich, große Bauten. Die feiern der 13. Geburtstag, 23. Geburtstag. Die Kinder klettern auf die Pyramide. Das ist sehr gefährlich. Ui, ui, ui. Ja, das ist super. Man kann ja auch in die Pyramide gehen, aber nur Ägypter, weil das zu teuer ist für Ausländer. Ich habe gesehen, das war 15 Dollar, glaube ich, der Eintritt. Zu toller. Der Pferdekarren hat dann den Platten. Sieht man auch nicht allerzeit hier bei den Pyramiden. So, das war es schon von den Pyramiden. Es gibt nicht zu viel zu sehen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und hier nochmal die Sphinx von der anderen Seite. Es sieht eher aus wie ein Gebäude als wie eine Katze. Oder ein Löwe. Ich weiß es nicht. Naja. Nee про mich wieder. Ja, dass wir abzusteigen, was der Sie so tidig ist. Was ist praktisch nicht so eficaz CC. Also народ Sp Audit! immer noch die Verbrechen! WunderviPangst So, wir fahren jetzt zu den Pyramiden, denn es gibt dort eine Lichtshow und unsere wunderbare Airbnb-Vermieterin hat uns eingeladen, bei ihrem Onkel auf dem Dach direkt vor der Sphinx die Show zu sehen. Und deshalb fahren wir jetzt mit dem Tuckuck zu 30 Cent dahin. So, jetzt sind wir hier auf dem Dach von dem wunderbaren Pyramiden Inn Hotel, oder wie das heißt, und die Show beginnt in zwei Minuten. Offiziell. So, since you can't hear it, you just watch the audio on YouTube, but we have to see the right timing. Yeah, now! Perfect, we're like 10 seconds late. A third monumental tour, soon to complete this immense funeral site of Gizei and make it one of the wonders of the world. So, we'll be right back. Und so, let's get started. So, let's get started. So, let's get started. Let's get started. Okay. So, let's get started. Untertitelung des ZDF, 2020